Wir bauen uns einen 6,5 Liter Messbecher. Und hier mal einen. Und der Maske ist da. Der hat hier so tolle Einteilungen drauf. 1, 2, 3, 4, 5 und ganz viele. So, und dann geht man bis 6,5, macht sich ein hohes Strich und schneidet das aus. Kostet nichts, ist aus Abfall, ist 100% anwendungssicher, keine Messfehler, eintauchen, überlaufen lassen, abtropfen lassen, passt, geht schnell. Ja, so sieht heute mein Spachtel-Setup aus. Der Wassereimer, die Schöpfkeller, die kalibrierte. Ja, die Absaugung hängt mit drin, damit die ganzen Zementstäuber, die starken Zementstäuber direkt abgesaugt werden. Ja, fürs eigene Bewohlbefinden gibt es noch eine Maske dazu. Weil man muss sich auch immer darüber im Klaren sein, man macht das nicht ein Wochenende oder einmal, sondern man macht das, wenn es einem gefällt, sein Leben lang. Und dann muss man gesund bleiben. Ja, Operation in der Strauß war ja sehr schnell. Man hat den Band im Streifen, dann kriegt man so ein Essdicht runter abgeschnitten. Ja, dafür machen wir jetzt den Band im Streifen aus der Dose. Und da wird derancy. Ja, dafür gibt es das Three der Vögel noch nicht alles. Ja, das war ja alles. Aber dann gibt es anderen Tartian. Vielen Dank.